ja okay dann würde ich sagen klatschen wir auf 321 ja keine ahnung hallo ganz herzlich willkommen zu einem neuen video auf dem kanal von claire stocks heute machen wir ganz entspannte reaction aber ich bin natürlich nicht alleine am start sondern mit dabei ist der krasseste rocker league spieler auf den ganzen auf den ganzen planeten mit dabei ist der liebe und leute ihr merkt schon das ganze ist professionell und zwar seht ihr nicht nur meine facecam sondern auch die vom lieben und wir reagieren heute auf ganz entspannt wahrscheinlich auf das lustigste rocket league video auf der ganzen welt ich habe es gesehen 3,7 millionen aufrufe von der potato league also ich würde sagen wenn mein video annähernd so viele bekommen würde wäre ich schon ganz froh aber leute wir haben natürlich auch noch mal ein video beim lieben kubrick aufgenommen da haben wir reagieren wir auf die besten goals die es jemals in rock league gegeben hat deswegen erst an der video beschreibung schaut da auf jeden fall vorbei und ich würde sagen wir starten direkt rein let's go ok let's go ich finde das so geil geschnitten ich liebe diesen kanten nein das könnte so du sein nein das bin einfach ich ohhhhhh ich bin alleine schon durch das intro so viel bock auf das video let's go boah mit dieser musik ich hoffe die ist copyright free aber ich denke mal schon was war ein tor oder was jaja wie du es aber gar nicht rafst jedes mal bei mir jedes mal ich schwör immer wenn ich silber rank spiele immer so hey rumble mein absoluter lieblingsmodus hey wer sagt dass mein champion rumble unverdient ist 150 kmh oder nein fast nichts junge hatte die faust ich liebe dieses editing hey was das muss man geil geil den clip kenne ich den clip kenne ich ey dich spoilern junge foult hier soll ich meins holen ich weiß es aber nicht was da passiert ich weiß es nicht mehr ne der geht nicht rein der geht nicht rein ich liebe rumble ich liebe rumble leute schreibt gerne mal euren lieblingsmodus in die kommentare meiner ist mit abstand rumble einfach weil es ist so geil random einfach was hast du gemacht geil ey leute hier auf dem video auch super gerne like und abo dalassen würde mich freuen ich weiß nicht dropshot war noch nie mein modus ich glaube dropshot bin ich auch nur gold eingerankt ja wie fliegt er internet oder was aber weil man im discord bin ich jetzt nicht mehr roboter oder doch doch gerade eben kurz gerade eben kurz warte ich ziehe kurz in meinen ladenfarbe nochmal so du hörst mich noch nochmal ne Kubrick Kubrick hallo hallo hörst du mich nein er hat doch seine taschen abbringel und seine stecke angeschaut hallo 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 ja hörst du mich wieder hallo zusammen ich bin alles normal alles paletti sehr gut jetzt ist hier alles tipptopp qualität hier ich liebe diese sound effekte und so geile alte memes noch ihr müsst euch vorstellen das videos von vor einem jahr einfach ne warte ganz kurz du musst den sound wieder ein bisschen leiser machen ne ne das hat gerade wieder kurz gelangt ne ne alles super glaub mir aber kannst weitermachen ok oh das schlimmste was passieren kann ich schwöre ach ja ja und dann direkt das gegentor das tut so weh oh stecker ich krieg Gänsehaut glaube ich hallo 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 ich hab einfach so ne so ein Zug oder so hallo 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 was disco hallo hast du die Parade gesehen ja 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 krank was machen die hallo 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 the girl digger frost so ein scheiss item ja der junger hat einfach den Pömpel was 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 ne hm hallo 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 ja so ein geiler Clip hallo So nice, so nice. Was hier? Junge, ich schwöre so ich einfach. Hä? So geil. So gut. Wie auch jeder die gleiche Tornimension hat einfach. Hä? 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 Junge, die Physik ist wieder. Ja, der war lucky. Hä? War das gerade ein dreifacher Boxernschuh? Ich glaube ja. Das ganze Gegnerteam einfach. Scheiße. Shot on iPhone, weil es ein Mobile-Player ist, oder was? Scheiße, 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 Sache dann, oh mein Gott. Nein. Das ist so typisch Rocket League-Luck. Das passiert nur in Rocket League. Die nehmen einfach Aufnahmen von uns. Was? Dem ich hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Oh, ich liebe diese Flügel. Ich schwöre, es bin ich einfach im Tor. Hä? Was für ein Auto noch nie gesehen? Ich habe keine Ahnung. Schreibt es gerne in die Kommentare, Leute, wenn ihr es wisst. Jetzt habe ich gar nicht aufs Gameplay geschaut. Ich auch nicht. Aber so oft bei mir auch. So oft bei mir auch. Holy moly. So, ich würde sagen, letzter Clip, den wir uns anschauen. Ja. Nein, nein. Oh mein Gott. Das wäre so ein geiles Tor gewesen. Nein, nein. Und dann noch ein Ge- Oh. Oh, es kommt noch einer Ge- Okay, komm. Extra Bonus für euch. Hä? Durch den Tornado, oder was? Durch den Tornado. Oh, wie viele Clips einfach im Rumble passieren. Nein. So ein Bronze Gameplay aber auch. Nein. Das bist du bei dem Boost. Das bist du bei dem Boost. Wie geil. Oh, das ist so geil zu sehen. Komm hier, da ist nochmal ein Tor hier. Okay, Leute. Scheiße. So, so, so geil. Ey, Leute. Wenn ihr Bock habt, dass wir das Ganze öfter machen, dann schreibt es super gerne in die Kommentare. Schreibt auch gerne Video-Vorschläge rein, was ich zusammen mit dem lieben Kubrick noch ballern soll. Und sonst würde ich sagen, schaut auf jeden Fall noch bei dem Video von Kubrick vorbei. Und Leute, wieder schauen. Und reingehauen. Ciao, ciao. Hi, ich bin Larry. Hi. Ich liebe Dixie so hart. Dixie. Haut, hat kein Bad, aber hänge rum mit Lars. Hänge rum mit Lars. Und ich bin Larry. Larry. Sieh, du wie ich rippe. Gib ein Pick-up, meine Lippe. Denn Dixie ist nur meine. Meine. Ich schwänze ihre Schuhe nur für sie. Nur für sie. Und alle, ich bin von der, ich verstecke sie im Schirm, denn meine Eltern, die die...